Wir machen Lehre links und rechts. Handlenkhaltung ist wichtig. Handlenk so, niemals nach unten oder so. Daumen legt drauf. Der Druck wird dabei aufgebaut in die Richtung von Daumen hochgeschaut. Die Schuhe ist in der Luft immer geraden abzuhören. Immer geraden abzuhören. Trommelksteaman Haben wir die Triangeln ausgelassen, oder? Die Triangeln sind in sich fünf Schläge. Da wird die Hand nach rechts genetzt, zurück, nach vorne, zurück und wieder nach vorne. Musik 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 Musik